Um sich den Genuss eines guten Weines über eine lange Zeit zu sichern, ist eine fachgerechte Lagerung unter optimalen klimatischen Bedingungen notwendig. Wer dafür in den eigenen Räumen nicht die Möglichkeiten hat, dem bietet Pickens Self Storage seit neuestem in Hamburg-Bandsbek deutschlandweit als erster Weinlagerräume. Hier können junge Rotweine 365 Tage lang bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert werden und ihre Trinkreife erreichen. Wenn Sie günstig größere Mengen Wein oder Hochzeits- und Geburtstagsjahrgänge eingekauft haben, können Sie ihn selbst in Ihr Weinlager einräumen oder direkt von Ihrem Weinhändler in Ihr Lager liefern lassen. Das aufwändige Gebäudesicherheitskonzept ist auf dem neuesten Stand und erlaubt nur den Zugang zum eigenen Lagerraum. Durchgehend videoüberwacht und alarmgesichert ist das Wein Storage mit seinem speziellen Licht, der konstanten Temperatur und Luftfeuchtigkeit nur über drei Eingaben des persönlichen Zugangscodes möglich. Ganz nach Ihren Bedürfnissen stehen Ihnen verschiedene Größen Ihres Wein Storages täglich von 6 bis 22 Uhr zur Verfügung. Für eine individuelle Beratung sorgt das Pickens Self Storage Team. Pickens – Ihr Wein Storage Und das èribglich verlos zu fühlen, bis 2 Uhr zur Verfügung. Ihr Wein atmen